Ja hallo erseits, das ist jetzt hier die Fortsetzung von dem ersten Video mit dem Taktgenerator von 4093. Das sah ja so aus. Ich hatte ja zum Schluss die Diode hier noch eingebaut, damit man das Verhältnis zwischen Ein- und Auszeit hier mal so einstellen kann. Ich hatte dann noch gesagt, ich will es etwas flexibler gestalten und habe das hier mal aufgebaut. Man sieht hier also die Schaltung. Ich habe da noch zusätzlich ein Poti eingebaut und ich demonstriere das mal ganz kurz. Also jetzt ist das Poti in der Mittelstellung und die Leuchtdiode blinkt sehr gleichmäßig, das heißt die Ein- und Auszeit ist praktisch gleich. Wenn ich jetzt hier nach links drehe, sieht man, die Leuchtdiode geht nur kurz aus. Die T1, diese Zeit, T1 ist sehr lang und wenn ich jetzt hier zur anderen Seite drehe, sieht man, dass diese Einzeit nur sehr kurz ist. Es entsteht dieses Blitzen. Gut, jetzt die Frage, wie die Schaltung funktioniert bzw. was ich eigentlich geändert habe. Ich lege das mal hier beiseite und gehe einfach mal hier in die Schaltung. Man sieht also jetzt hier dieses Konstrukt, diesen Konstrukt, diesen Aufbau mit diesen zwei Dioden, was erstmal ein bisschen komisch aussieht. Aber es macht durchaus seinen Sinn. Wenn man jetzt zum Beispiel das Poti, hier ist ja der Schleifer, wenn man diesen Schleifer jetzt in diese Position hier bringt, hier, dann ist es ja so, wenn jetzt dieser Eingang auf High ist, dann ist ja zwischen diesem Punkt und diesem Punkt kein Widerstand. Aber hier zwischen ist ein Kilo Ohm, in der Position High kann aber hier kein Strom fließen, das heißt, wenn der auf High ist, wird das sehr, sehr lange dauern, weil er muss über diesen 10 Kilo Ohm gehen und über diesen 1 Kilo Ohm, um den Kondensator aufzuladen. Das heißt, in diesem Fall wäre dann praktisch der Puls zur Gesamtzeit sehr lang, also im ersten Fall hier in Rot hätten wir meinetwegen sowas. Und natürlich dann der andere Fall, wenn das Poti hier auf dieser Seite steht, dann ist es so, dass also nur ein kurzer Impuls erzeugt wird und die Kurve dann in etwa so aussieht. Warum? Das ist natürlich ganz klar, die Dioden steuern nun hier das Auf- und Entladen des Kondensators. Und ich habe praktisch, je nachdem, wo ich das Poti hier eingestellt habe, noch diesen zusätzlichen Widerstand, der entweder für das Aufladen oder Entladen noch zuständig ist. Und dementsprechend ändert sich natürlich dann das Ausgangssignal. Wie gesagt, es sieht etwas sehr komisch aus, dieses Konstrukt. Man findet es aber doch immer wieder mal und daher nicht wundern. Man kann jetzt die Schaltung noch insofern vereinfachen, dass man diese Widerstände hier rausnimmt. Ich überbrücke die mal so und einen Widerstand hier oben einsetzt. Ja, da spart man einen Widerstand, hat aber den gleichen Effekt. So, ich habe hier mal die Schaltung geändert und zwar habe ich folgendes gemacht. Ich habe hier den Kondensator, der zusammen mit dem Poti und den Widerständen zeitbestimmt ist oder bestimmt für die Frequenz ist, geändert. Ich habe den verkleinert, das heißt die Frequenz wird höher. Und habe hier mal die Schaltung dahingehend angepasst. Und wenn ich jetzt diese einschalte, dann sieht man, die Leuchttiode leuchtet. Jetzt könnte man denken, die Schaltung ist kaputt. Ist sie aber nicht. Wenn ich jetzt am Poti drehe, dann sieht man, dass jetzt die Leuchttiode heller wird auf der einen Seite. Und wenn ich jetzt zurückdrehe, dunkler. Es hat sich eigentlich nichts geändert, nur dass die Frequenz wesentlich höher ist. Und das ist auch der Grund, warum man das Ein- und Ausschalten der LED nicht mehr sieht. Es gibt dazu jetzt von der Theorie so ein paar Formeln oder Sachen, die man sich einprägen sollte. Hier ist nochmal das kurz dargestellt. Auf der einen Seite haben wir natürlich die Frequenz in Hertz, die gleich 1 durch T ist. T ist in Sekunden, also die Periodendauer hier. Die ist in beiden Fällen gleich. Also egal, ob ich jetzt einen kurzen Impuls habe oder einen langen T bleibt gleich. Die Frequenz bleibt also gleich. Aber ein ganz anderer Punkt ist viel wichtiger eigentlich, denn es gibt den sogenannten Duty Cycle D oder das Tastverhältnis. Und das ist definiert mit T1 durch T. Also diese Zeit, wo das Signal auf High ist, ist T1. Geteilt durch T ist das Tastverhältnis. Und man sieht, dass es eben unterschiedlich in beiden ist. Und ein weiter wichtiger Punkt ist, zusätzlich zu der Änderung des Tastverhältnisses wird auch die Durchschnittsspannung oder der arithmetische Mittelwert der Spannung geändert. Man kann es hier sehen, also hier hat er diese Höhe, dieser arithmetische Mittelwert, also man berechnet die Flächeteilze durch T. Und hier ist es eben wesentlich geringer. Und eine Gleichung für diese Spannung, die nennt man oft UDC oder UAV für Average, ist gleich Umax mal D. Das heißt also, die UDC hängt direkt vom Tastverhältnis ab. Man kann sich natürlich vorstellen, wenn das Tastverhältnis 1 zu 1 ist, also 50 Prozent, beziehungsweise 0,5, dann ist natürlich auch der arithmetische Mittelwert nur halb so groß wie der Gesamtmaximalwert. Gut. So, ich habe hier mal ein Taschenaustroskop genommen und habe das mal an den Ausgang angeschlossen. Man sieht also, hier wird ein schönes Rechtecksignal erzeugt am Ausgang. Und wenn ich jetzt am Poti hier drehe, dann ändert sich die Pulsbreite. Hier ist es schmaler. Und das Verfahren heißt auch so, Pulsbreitenmodulation, beziehungsweise auf Englisch Pulse Width Modulation, PWM. Und das ist eigentlich ein gängiges Verfahren, um zum Beispiel Helligkeiten von LEDs zu steuern. Oder zum Beispiel auch die Geschwindigkeit von DC Motoren. Und das sieht man dann im nächsten Video.